Vielen Dank an alle, die mein Creator-Code saftiges Gnu verwenden. Übrigens habe ich noch zwei weitere Kanäle. Verspieltes Gnu, auf dem gibt es coole Let's Plays und Gnu, falls ihr mehr über mich erfahren wollt. So Leute, ihr wolltet noch eine OP, die bekommt ihr. Und heute steht was ganz, ganz Besonderes an. Übrigens wieder natürlich, ich hab dich gar nicht vorgestellt. Tut mir leid, wieder natürlich Support von einem echten Arzt, der mich übrigens hier jetzt durchbringen wird. Jahrelange Erfahrung. Und du musst mir heute sagen, was ansteht. Denn wir werden heute eine Nierentransplantation machen. Und du musst mir sagen, wie das geht. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich kann ihn anrufen, guck mal. Scheiße. Wir haben vorhin einen Anruf von dem vorherigen Patienten bekommen. Der hat gesagt, ihm geht's schlecht. Aber damit haben wir nichts zu tun, oder? Ich muss call Trisha. Ach, ich muss call, ich muss den anrufen. Warte mal. Ja, verdammt. Und du musst dich echt abheben und dann call drücken. Doktor, verdammte Scheiße! Okay, OP beginnt. Doktor, sind Sie bereit? Bereit, okay. Wir machen eine Doppel-Nierentransplantation. Ich werde zuerst jetzt das Türchen anheben. So, was ist denn das hier um Himmels Willen? Oh, Scheiße. Hilfe, ich hänge fest, Herr Doktor. Es tut weh, mein Daumen. Okay, was muss ich machen? Okay, Doktor Gnu, also zuerst den Darm heraustrennen. Wie mache ich das? Den Kalpell, auch einen absteigenden Dickdarm raustrennen. Dann oben noch die Speiseröhre. Ich bin kein Arzt, was? Ja, genau hier. Und jetzt die andere Seite. Hier. Oh, shit. Wo? Weiter unten, tiefer. Hier. Und jetzt Kalpelle ansetzen, durchziehen. Okay, vielleicht geht's auch nicht. Dann die Speiseröhre. Hinterm Magen, unter den Rippen. Oh, und das ist die Leber. Die braucht keiner, Mensch. Vorsichtig mit der Leber. Herr Doktor, ich bin nervös. Den Sch... Oh, shit. Also du hast jetzt die Hälfte des Blutes schon wieder draußen. Das gibt's doch nicht. Das funktioniert nicht, Mensch. Okay, Armbom. Ah, jetzt. Wie habe ich das jetzt gemacht? Jetzt ziehen wir dann. Dickdarm und Dünndarm bergen. Ja, Schlauchy. Schlauchy raus. Schlauchy raus. Ja, sehr gut. Dünndarm. Ja, Schlauchy raus. Genau, wieder zurück zum... Oh nein, ich habe mich gespritzt. Oh nein, shit. Kalpelle, weg. Der stirbt, der Potient, Mensch. Okay, wieder eine starke Blutung. Darm schnell bergen. Oh, scheiße. Blutung schnell stoppen, wenn es irgendwie geht. Scheiße, nein, wir sind so weit gekommen. Magen muss wieder an der Speisereore abgesetzt werden. Die Leber muss auch raus. Meine Uhr ist da noch drin. Die Uhr muss auch raus. Scheiße, nein, Johnny, geh nicht. Johnny, warte, ich muss mich von Johnny verabschieden. Johnny, schlaf. Schlaf, Johnny. Ich glaube, er ist Bob, nicht Johnny. Bob, es tut mir leid. Bob, es tut weh. Bobby. Bob ist tot. Okay. Bob, es tut mir leid. Bob, es tut weh. Bobby. Sorry, Bob. Okay, nochmal, oder? Totaler Mord. Hör auf, das über vorzulesen. Fünf Minuten diesmal. In drei Minuten schneller als beim letzten Mal. Okay, also doppelte Nierentransplantation. Okay. Dr. Gnu, auf zum 20er-Skalpell. Beginn mit den Inzisionen am absteigenden und aufsteigenden Dickdarm. Bitte. Insekten was? Insekten, Insekten was? Und ein beherzter Schnitt. Ja, oder? Das Besteck liegt heute aber auch doof. Welche Krankenschwester war das? War das die Antonia? So kann ich ja nicht operieren, oder? Jetzt auch dort, ich funktioniert nicht. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Das Skalpell weg. Jetzt. Hören sie auf, sie da hinten zu legen. Sie müssen helfen. Genau. Braucht kein Mensch. Bergen des Mastdarms. Da fehlt noch irgendein Schnitt, ne? Da fehlt noch ein Schnitt. Die gehen langsam die Klingen aus. Ja. Auch 12-Fingerdarm genannt. Nochmal. Ist was gebracht? Das war gut. Ich glaube, ja, perfekt. So, die Uhr tickt. Blutverlust steigt schnell mit dem Dünndarm raus. Ja. So, die Yunum und Eleum sind geborgen. Wie? Hannelore? Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt den Magen abtrennen. Oh Gott, ich bin so nervös. Sieht gut aus. Das ist das letzte Skalpell, bloß nicht fallen lassen. Und jetzt oben wieder den Schlauch ab. Sehr gut gemacht, Doktor Gno. Nicht im Magen herumdachern, sehr gut. So. Oh mein Gott. Nein, meine Uhr. Diese verdammte Uhr kann der Typ nicht mal seine Kack-Uhr ausziehen, Mann. Fass doch rein in die Kacke da, Mensch. Jetzt. Ja. Und schnell, schneller jetzt. Und was muss ich jetzt machen? Den Löffel nehmen. Den Löffel? Ja. Vielleicht geht es auch ohne Löffel. Da vorne ist noch ein Löffel in der Schale. Was ist denn das? Nein, man muss die Nieren, glaube ich, stumpf raustrennen. Echt? Ich glaube, du musst unten noch die Harnleiter abtrennen. Unten. Wo? Echt unten? Die zwei gelben Strukturen, die nach unten laufen, das sind die Harnleiter. Da hängen die Nieren dran. Ich glaube, die musst du noch... Der Pissstrang? Ja, genau. Die Zeit läuft jetzt davon. Sonst war alles umsonst? Nein. Du brauchst den Löffel. Wo ist der Löffel? Wie soll ich da drankommen? Ja. Genau. Oh, scheiße. Du scheiße. Nein! Verdammt, das macht mir alles kaputt. Wo ist denn eigentlich eine Schwester? Sehr gut. Ich löffel heute mal Nieren raus. Fast. Verdammte Scheiße, das ist voll schwer. Ja, sehr gut. Ja, die erste Nieren ist ab. So, schnell. Die Zeit ist richtig, richtig knapp. Mann, ich hab's fast geschafft. Oder muss ich den Harn... Äh... Den Harnleiter? Ich glaube, man muss ihn schon abtreiben. Scheiße, mach wieder zu, die Kacke. Ich nehme das Instrument, was auch immer das sein soll. Das gibt's im echten Leben nicht. Echt? Nochmal, die doppelte Nieren-Transplantation. Hey, sie müssen ein bisschen motivierter klingen, sonst kann ich richtig... Machst du's so gut. Ich mach mal eine Kaffeepause, okay? Okay. Wo ist der letzte verkackte Schnittmann? Kann ich mir da eigentlich irgendwie eine Spritze geben, dass der ein bisschen mehr chillt? Oh, tatsächlich, das stoppt den Blutverlust. Geil, das mach ich öfter. Ich hab eine Methode gefunden, wie man den Blutverlust stellt, indem man dem einfach die Spritze reinjagt. Richtig. Wow. Wow. Cool. Du musst sagen, ja, ja, das wusste ich, ja, ich wollte, dass du selber rauskriegst, hey. Und raus damit. Raus, alles raus, was keine Miete zahlt. Ja. Herr Doktor, können Sie mir eine Geschichte erzählen? Ich bin gerade sehr angespannt. Nein. Die Operation erfordert höchste Konzentration, da werden keine Geschichten erzählt. Ach, Mann. Nicht blind rumstochern, schön sauberer Schnitt. Ich kann nicht, meine Hand ist zu fit. Jetzt, ja. Ja, sehr gut. Und jetzt Konzentration absetzen des Ureters. Das was? Der Haarengleiter. Ja. Wow. Ja. Sehr gut. Oh, oh, Spritze noch, oder? Schnell vor dem Fall der Felle. Ich glaube, es geht. Ich habe Angst, dass die Patienten verlieren. Oh nein, ich habe mich nicht. Ja, bravo. Ach, du Scheiße. Ich werde so die OP nicht machen können. Ich werde die OP sein. Wo ist die Gegenspritze? Nein, bitte. Nein, nimm einfach schnell die Nieren raus. Komm. Wie? Greif zu. Herr Doktor, ich bin nicht so seltsam. Scheiße. Komm schon, die Zeit läuft. Das kann doch nicht sein. Warum geht denn das nicht vorbei? Nimm ihn doch. Nimm doch den Scheißlöffel. Bitte. Ja. Sehr gut. Und jetzt einmal drinnen herumrühren. Raus mit den Kidneyboden. Komm schon, Doktor Gnu. Die Zeit läuft. Die Zeit läuft. Ja. Los, los, los. Schneller. Ja, jetzt. Ja, raus damit. Schnell. Vielleicht die andere auch raus. So, jetzt sind alle Organe eigentlich draußen. So eine Faust machen und einfach draufhauen. Tick, tack, tick, tack. Die Schweißperlen auf der Stirn. Das macht es nicht besser. Ich kriege diesen Rotz nicht raus. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich kriege den Scheiß nicht raus, verdammt. Komm schon. Nein, es ist zurückgerutscht. Nein, ich habe es auch nicht. Und raus damit. So, und jetzt. Wieso habe ich die Scheiße da vorne nicht aufgemacht? Die Spenderorgane, da sind sie. Los geht's. Die Kiste jetzt bloß nicht fallen lassen. Da sind sie doch schön. Bloß nicht fallen lassen, das Nierchen. Jawohl. Und noch eine. Gleich ist geschafft. Dr. Gnu im Rausch. Gratulation. Zack, wo ist die müssen rein, die Scheißdinger? Warum gibt es denn nicht? Nein. Scheiße. Was fehlt denn noch? Scheiße. Warum? Wen ist es vielleicht? Weil ich bekifft bin? Nein, ich glaube, du musst sie irgendwie ins Nierenlager nach hinten legen vielleicht. Wo ist der Löffel? Das kann doch nicht daran jetzt scheitern. Kacke. Ich habe es doch geschafft. Kannst du die Blutung nochmal stoppen? Nein. Dass du wenigstens Zeit gewinnst, weil jetzt ist gleich vorbei. Gnu ist es gleich aus. Ich kann nicht. Mann, ich wusste nicht, dass ich die Scheiße auch noch richtig reinfloppen muss. Okay, du kannst kommen. Ja, kann ich es einfach reinlegen jetzt? Einfach reinlegen. Bist du sicher? Ja. Gratulation. Ja. Ja. Mann. Leute, ich habe euch jetzt gefallen. Das sind Hufen nach oben da. Wir wollen richtig viele Hufen nach oben. Wie viele hatten wir im letzten Video? Wie viele Hufen nach oben da? Keine Ahnung, viele? Wir wollen noch mehr. So Leute, als nächstes steht nämlich eine Gehirnoperation an. Das wird lustig. Wenn ihr die sehen wollt, das ist ein Hufen nach oben da. Und wir sagen wie immer Ade mit E. Waschee. Kauai. Und wir sehen uns im nächsten Video. Untertitelung. BR 2018